K++ hat die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 vorgelegt. Darüber spreche ich gleich mit dem Vorstandsvorsitzenden von K++, Dr. Burkhard Lohr. Wir sprechen außerdem über den Ausblick auf das Gesamtjahr und über die beiden Großprojekte VERA 2060 und Ramp-Up Bethune. Ja, Herr Lohr, die Zahlen für das erste Quartal 2024 wurden vorgelegt. Umsatz- und Ergebnislagen unter den Vorjahreswerten, aber über den Erwartungen des Kapitalmarktes. Wie kommentieren Sie das Zahlenwerk? Ich nenne das erste Quartal ein guter Start ins neue Jahr. Wir haben mit 200 Millionen Euro EBTA und 111 Millionen Euro Free Cash Flow die Erwartungen des Kapitalmarktes übertroffen. Wir profitieren von guten Preisen in Europa und wir haben einen starken Marktanteil in Europa. Und von unserem Spezialitätsgeschäft, das auch gute Preise bietet. Und wir hatten auch ein sehr gutes Industrie-Plus-Geschäft. Dann kommen wir gleich zum Ausblick auf das Gesamtjahr 2024. Wie sieht denn die Prognose aus, sowohl für das operative Ergebnis als auch für den freien Cash Flow? Wir sind sehr gut ins Jahr 2024 gestartet. Dennoch halten wir an der bereits bekannten Prognose fest. Dieser heißt am unteren Ende 500 Millionen Euro EBTA, am oberen Ende 650 Millionen und ein mindestens ausgeglichener freier Cash Flow. Das untere Ende ist unwahrscheinlicher geworden mit dem guten ersten Quartal, aber es steht noch insbesondere der Abschluss in China aus, der Effekte haben kann auf andere Regionen. Deswegen halten wir noch daran fest. Am oberen Ende sehen wir eine weitere positive Preisentwicklung und eine Absatzmenge von 7,6 Millionen Tonnen. Bedeutend für die nächsten Jahre sind ja zwei Großprojekte. Zum einen in Deutschland das Projekt VERA 2060 und in Kanada Ramp Up Bethune. Warum sind diese beiden Projekte für Kaplos SO wichtig? Beide haben ganz hohe strategische Bedeutung. Und wir sind auch bereit, hohe Investitionen zu tätigen in den nächsten Jahren, aber mit einem guten Ausblick für Kaplos S. Denn wir werden auf beiden Seiten des Atlantiks deutlich leistungsstärker sein als heute. Wir werden die zu erwartenden steigenden Kalipreise im besseren Umfang nutzen können, als wir es mit dem heutigen Setup könnten. Wir werden wettbewerbsfähiger, senken unsere Kosten, verdienen mehr und das nenne ich nachhaltiges Wachstum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017